Wir melden uns live von der Monster-Trucks-Insel. Diesmal sind wir hoch oben auf dem Gletscherberg, wo die Zuschauer ein eisiges Abwärtsrennen mit den Monster-Trucks erwarten. Vom Start weg treten sie eine Lawine aus riesigen Schneefällen los. Am Fuß des Berges folgt der Gletschersprung über den Dampen-heißen Quellen. Wih, aus! Schließlich schlittern sie über das große Eisfeld, bevor sie es über die Ziellinie schaffen. Wer wird einen kühlen Kopf bewahren und den Hot Wheels Cup der Titanen mit nach Hause nehmen? Die Stimmung heizt sich auf! Los geht's! Steer Clear! Skeleton Crew Blizzard Bashar! Bahn frei für Hot Wheels! Skeleton Crew Blizzard Bashar überschlägt sich und Steer Clear holt den Sieg! Sieht aus, als hätte sich Skeleton Crew Blizzard Bashar auf seinem Knochenkopf gedreht! Zombie Rex! Twin Mill! Bahn frei für Hot Wheels! Bäm, die heißen Quellen katapultieren Twin Mill über die Ziellinie! Reden wir mit dem Sieger! Twin Mill, was war der Schlüssel zum Sieg? Zombie Rex hat wohl die falschen Quellen angekleppt, würde ich sagen. 5 Alarm! Bone Shaker Blizzard Bashar! Bahn frei für Hot Wheels! Oh, damit ist das Rennbult! Moment mal! 5 Alarm räumt das Feld von hinten auf und gewinnt! Bone Shaker Blizzard Bashar ließ die Erde beben, doch das glatte Eisfeld ließ ihn geradewegs in die Büsche schlittert! Boah, was für ein Renn! Böe-Böe-Böe-Böe-Böe-Böe-Böe! Pissi-Fit! V8 Bomber! Bahn frei für Hot Wheels! Achtung! Kann er etwa? Schafft er es? Er schafft es! Gleich nochmal ansehen! V8-Bomber geht erst ab wie eine Rakete, umfährt die Lawine und trudelt gemütlich zum Sieg. Pussyfit hat dagegen weniger Glück. One Bad Ghoul Roger Dodger Blizzard Basher Bankfrei für Hot Wheels Ein Kopf an Kopf rennt, doch Roger Dodger Blizzard Basher überrollt die Konkurrenz. Hier nochmal die Wiederholung. Für One Bad Ghoul war es ein einziger Ausrutscher, während Roger Dodger Blizzard Basher rückwärts zum Sieg glitt. Bad Catitude Smash Squatch Blizzard Basher Bahnfrei für Hot Wheels Und Bad Catitude kommt auf Samtpfoten ins Ziel. Im Rennen fährt das Kätzchen die Krallen aus. Und Smash Squatch Blizzard Basher wird nach der Begegnung mit den heißen Quellen wohl wieder untertauchen. Autsch! Loco Punk A Biss Maul Blizzard Basher Bahnfrei für Hot Wheels Loco Punk fährt wie auf Schienen zum Sieg. Verdammt starke Leistung! Nicht einmal eine Lawine und ein Überschlag auf dem Eisfeld konnten ihn stoppen. Loco Punk gewinnt! Loco Punk fährt wie auf Schienen zum Sieg. Winkel aufgerichtet, dass die Wirkung der heißen Quellen ihn umgeworfen hat und Milkmonster den Sieg verdarmt. Megarex kommt weiter! Autsch! Steer clear! Twinmill! Bahn frei für Hot Wheels! Und auch diese Kuh holt er souverän vom Eis! Steer clear gewinnt erneut! Wenn er so weitermacht, packt er bald alle Kontrahenten an den Hörnern! 5 Alarm! V8 Bomber! Bahn frei für Hot Wheels! Unglaublich! Das wollen wir nochmal sehen! 5 Alarm trifft zuerst auf die Barriere und wird dadurch langsamer, sodass V8 Bomber vorbeiziehen kann! Doch V8 Bomber verliert die Balance auf dem Eisfeld und schlittert ganz knapp an der Ziellinie vorbei, während 5 Alarm zum Sea Cruise! Immer wieder CBSIT! Der Zolllauf Roger Dodger Blizzard Basher Bad Catetude, Bahn frei für Hot Wheels! Roger-Dodger-Blizzard-Basher kann der Konkurrenz nicht ausweichen Reden wir mit Bad Catitude Du musst wohl all deine sieben Leben in diesem Rennen verbraucht haben Wie hast du das gemacht? Ich landete auf den Pfoten, sah eine Chance zu siegen und stürzte mich drauf Loco-Punk Mega-Rex Und hier das letzte Viertelfinale Wartfrei für Hot Wheels Wow Mal sehen, was der Sieger zu sagen hat Also Loco-Punk, was ist genau passiert? Das kann ich euch sagen Mega-Rex hat ganz schön Dampf gemacht Aber ich habe ihn entgleisen lassen und naja, mir den Sieg geschnackt Steer Clear Five Alarm Wartfrei für Hot Wheels Und Steer Clear stolpert sich zu einem weiteren Sieg Reden wir mit dem Sieger Steer Clear, dir muss ja schwindlig sein von der ganzen Raserei Ich treib sie zusammen und werf sie raus, Boss Das ist wie Musik in meinen Ohren Bad Catitude Loco-Punk Wartfrei für Hot Wheels Bad Catitude wird von der Lawine erfasst Das schauen wir uns genauer an Bad Catitude wird beim Sprung auf die Seite gedreht, sodass er sich überschlägt Und die Schneelawine erledigt den Rest Und Loco-Punk dampft ab ins Finale Steer Clear gegen Loco-Punk Jetzt geht's hier um alles Bad frei für Hot Wheels Wow, Loco-Punk holt sich den Sieg Steer Clear wurde einfach abgehängt Loco-Punk raste wie ein führerloser Zug Ungebremst ins Ziel Und Loco-Punk überrollt sie alle und gewinnt den Cup der Titane Glückwunsch an Loco-Punk Schaltet auch nächstes Mal wieder Moment, was ist das? Meine Güte, ein Dutzend Hot Wheels Autos Ein Haufen aus elf Autos Und nur ein Auto schafft es ins Ziel Sie stürzen, segeln und schlittern in die heißen Quellen Ja, hoffentlich habt ihr eure Schwindflügel dabei Sechs Monster Trucks sind auch auf der Strecke Am Start liegt noch alles glatt Doch die heißen Quellen und das Eisfeld hatten andere Pläne Passt auf, wo ihr hintretet Es ist ein bisschen glatt Oh yeah! Zwei Mega-Monster-Trucks wollen auch mitmischen Diese Jungs rasen förmlich über die Strecke Und wow! Da merkt er die Ziellinie um Hier die Wiederholung Die Mega-Trucks brettern den Gletscherberg hinunter Und am Ende küsst er die Ziellinie Das war's für heute Glückwunsch nochmal an Loco-Punk Gewinner des Hot Wheels Cup der Titanen Schaltet bald wieder ein für noch mehr epische Rennen Hier beim Wettkampf der Titanen Camp Crush Campers Ich stelle vor Den Chaos Berg Ich liebe Chaos Also dieser Berg hat mehr Chaos in sich Als eine Monster Truck Rallye Auf einer Dynamitveranstaltung Und auf dem Gipfel Ist der unfassbare Schrottplatz Vielmehr ist es Bone Shakers Schrottplatz Ja, das ist mir Easy peasy Der Cup gehört mir Nur wenn du mich besiegst Was du nicht tun wirst Nicht so schnell, Race Ace Dieses Mal haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet Aufpassen Ich will raus Dieses Jahr hebt Camp Crush das Crashen und Zertrümmern und Crash Chaos auf ein ganz neues Niveau Dieser Ort ist mit mehr Gefahren vollgepackt als in einen Kofferraum passen Schwindelerregende Höhen, Tricks und Fallen und ungearmte Wendungen, die man nie kommen sieht Also was ist das große Ding? Dieses Mal rast ihr in Zweierteams zum Gipfel Wie bitte? So ist es Es gibt keine bessere Art, seinen Weg durchs Chaos zu krachen und zu crashen Als mit deinem Partner Los geht's! Als erstes Race Ace und Tiger Shark Herausforderung angenommen Pfeifferlawn und Gangster Im Ernst? Hast du Angst, dass ich dich in den Schatten stelle? Haha, du bist angeschleimt! Nicht wenn ich dir Feuer mache! Bigfoot und Bone Shaker Verdreschen und Zertrümmern Hier kommt der Kracher Und Demo Derby und Mega Racks Zertrümmern und Brüllen Lebe schnell und lass es krachen Im Teamwork-Modus Eure erste Herausforderung hat es echt in sich Ihr müsst es bis zum ersten Checkpoint schaffen Eine falsche Bewegung und es ist vorbei Die ersten beiden Teams, die es durch alle Checkpoints zum Schrottplatz auf dem Gipfel schaffen Qualifizieren sich für den Champions Cup Die einzige Bedingung ist, dass beide Teammitglieder den Checkpoint erreichen müssen Es heißt also, zusammenarbeiten Oh, eine Sache noch Das erste Team, das den Schrottplatz erreicht, erarbeitet sich einen großen Vorteil im Champions Cup Also, gebt alles! Los! Ihr seid dran, ihr Zertrümmerer! Denkt dran, es geht ab! Los, Hotwing! Ja, ha, ha, ha! Hm, vielleicht hätte ich Ihnen etwas über die versteckten Monster auf dem Chaosberg erzählen sollen? Naja, sie werden es schon rausfinden Race Ace und Tiger Shark fahren in den wilden Wald Haltet die Augen nach Fallen offen! Ja, ha, 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 ha! Hör auf den Wald! Da müssen wir noch dran arbeiten Ja Wow! Mach einfach das, was ich mache und wir sind in Nullkommanichts am Checkpoint Wow, wow, seit wann hast du hier das Sagen? Vertrau mir, Bone Chakalaka, ich hab's im Griff Es heißt Bone Chaker! Hä? Eine Umleitung? Das fühlt sich nicht gut an! Oh, komm schon, du Oldtimer! Hast du Angst? Folge dem Anführer! Oh! Ich bin der Anführer! Nimm das, du Felsbrocken! Das haben wir in der Tasche, Megabrex! Mach's gut, Mau! Oh, bester Tag aller Zeiten! Megabrex und ich werden sowas von gewinnen! Gemeinsam sind wir eine unaufhaltsame Kraft der puren Ehrfurcht! Hey, da ist es ja! Also los, mein Großer! Lebe schnell und lass es ran! Oh! Ich liebe den Geruch von frischem Schleim am Morgen! Ick, was stinkt hier so? Schleim, Schleim, Schleim! Gangster, du stinkst! Das ist der Geruch, der sieht es! Du musst den Gestank irgendwie loswerden! Was ist das denn hier? Es wird Zeit für eine Autowäsche! Nein, nein, nein! Sieht so aus, als ob Gangster und Pfeiferlar mocht daran arbeiten, ein Team zu werden! Moment mal! Etwas stimmt nicht! Wir sollten umkehren! Ist mit dir der Vergaser falschrum eingebaut, dann verlieren wir doch! Und das wird nicht passieren! Wir gewinnen das Ding hier! Verdrissen und zertrimmern! Aha! Es gibt keine Besseren als Bone Shaker! Hey, Dero Derby! Wir kriegen Gesellschaft! Auf geht's! Ich kann nicht! Hä? Warum nicht? Ist doch nur eine kleine Brücke! Genau! Eine kleine Brücke ist der unkrasseste, am wenigsten tolle, total krachtastischste Weg darüber! Das ist einfach nicht mein Ding! Und außerdem geht es da echt weit runter! Lass mich einfach hier in Ruhe rosten! Eine Sekunde mal! Ich hab grad einen Gedanken, aber mit Bildern! Eine Idee? Ja! Warte her! Was sagst du dazu? Ist das cool oder was? Ja, das sollte genügen! Bereit für ein paar epische, krasse, total wahnsinnige Moves? Darauf kannst du beten! Dann lebe schnell und frache hart! Ah! Bist du da? Achst du da? Ja! Ja! Bist du da? Ja! 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 Ha ha ha! Oh! Unsere ersten Sieger! Dermoderby und Megarex! Durch Zerschmettern und Zerstören seid ihr gerade einen Schritt näher zum Schrottplatz und zum Champions Cup gekommen! Alles klar! Das war episch! Nicht schlecht! Das dritte Team am Checkpoint, Pfeifferlarm und Gangster! Wow! Was ist denn mit dir passiert? Ich... wurde... gewaschen! Ach, beruhige dich, du großes Baby! Ich bin sauber! Ich bin sauber! Wir sind die Letzten? Das ist doch Blödsinn! Wow! Was ist denn mit euch passiert? Teergruben! Es gab Teergruben und ich bin sauber! Teergruben? Es gab keine Teergruben bei dieser Herausforderung! Ihr müsst ja echt vom Weg abgekommen sein! Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt! Ihr habt es alle durch den ersten Durchgang zum Checkpoint geschafft! Aber denkt dran! Wer auch immer es zum Gipfel schafft, gewinnt! Camp Crush fängt gerade erst an! Ja! Alles klar, ihr Blechkisten! Die erste Runde war ja noch leicht! Aber jetzt schalten wir einen Gang höher! Die erste Herausforderung sollte euch nur daran gewöhnen, als Team zusammenzuarbeiten! Aber um den nächsten Checkpoint zu erreichen, müsst ihr über den Tellerrand hinausschauen! Um den Teller zu zerschmettern! Es gibt verschiedene Wege rauf zum nächsten Checkpoint! Es liegt an euch, es als Team auf den Berg zu schaffen! Denkt dran! Ihr müsst es zu zweit an den Checkpoint schaffen, um eine Chance beim Champions Cup zu haben! Wir werden die Konkurrenz ausspucken wie Kaugummi! Herausforderung angenommen! Okay, ihr Raser! Es geht los! Nicht zuerst! Ich bin der Anführer! Das bist du nicht so weich, Bigfoot heiße! Moment! Wo sind denn alle? Es sieht so aus, als ob Tiger Shark und Ray Zays in den wilden Wald fahren! Sie sollten besser ihre Scheinwerfer offen halten! Dieser Wald ist voller Fallen und allem möglichen Chaos! Juhu! Juhu! Wir werden dieses Ding hier sowas von gewinnen! Ich kann den Champions Cup förmlich schmecken! Du willst die nicht wirklich essen, oder? Nur mal abbeißen! Hey, guck mal! Sieht nach Ärger aus! Oder nach dem Weg zum Sieg! Komm, los! Gangster und ich sind ein Team, also sollten wir uns auch so verhalten! Wir müssen uns konzentrieren, wenn wir diese Runde gewinnen wollen! Für einen so sauberen Truck bist du ein echter Stinkstiefel! Du musst lernen, etwas Spaß zu haben! Gangster und Pfeif-Alarm machen sich auf den Weg zu den Klippen auf der felsigen Straße! Wenn sie es zum Checkpoint schaffen wollen, sollten sie besser anfangen, zusammenzuarbeiten! Ich kann Spaß haben, aber ich möchte auch gewinnen! Guck zu und lerne, Gunky! Guck zu... ... Oh ja, jetzt wird es heiß, Baby. Ha, nicht schlecht. Hä? Wie hast du denn so schnell aufgeholt? Du hast deine Methoden? Ich hab meine. Oh, komm schon. Wir wären bereits am Checkpoint, wenn wir es auf meine Art tun würden. Wir nehmen jetzt diese Abkürzung. Hm, ich glaub nicht, dass das eine Abkürzung ist. Außerdem stimmt die Richtung nicht und die Konsequenzen wären... Bla, bla, bla. Jetzt wird's abgeschleimt. Wuhu. Ich hätte mir keinen besseren Teamkollegen wünschen können. Megabrex und ich ergänzen uns perfekt. Crash-tastisches Chaos und supercoole Moves. Wuhu. Alles klar. Jetzt geht's ab. Zertrümmern und brüllen. Au. Das hat Spaß gemacht, aber auch... Au. Okay, mein Großer. Ich glaube, wir sollten... Zertrümmern und brüllen. Doppelau. Ich sage, wir fahren in den Wald. Ich sage, wir fahren zu den Klippen. Was wir hier brauchen, ist echte Führungsstärke. Einfach der meisten. Man gewinnt, wie man verdrescht und zerschmettert. Und, äh... Hey, ich bin noch nicht fertig, damit zu erzählen, wie toll ich bin. Das ist Wahnsinn. Das ist schmutzig. Das ist... unfassbar. Du hattest recht, Gangster. Das ist der Wahnsinn. Meine Art ist vielleicht etwas schmutzig, aber sie macht Spaß. Jetzt wird geschleimt. Her mit dem Schleim. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Uh. Bärenfalle voraus. Aber nicht lange. Fürchte den Wahnsinn. Alles klar. Wir sollten in der Nähe des Checkpoints sein. Äh, geht das nur mir so? Oder ist dieser angeblich ganz nahe Checkpoint in Wirklichkeit ganz, ganz weit weg? Irgendwas stinkt hier gewaltig. Hey! Ich meine doch nicht dich. Lass uns weitermachen. Hey, guck mal. Oh, ja? Hey, hier war ich. Was ist los, Bone Checker? Kannst du dich an dem echten Anführer nicht mithalten? Ach, ja? Dir werde ich's zeigen. Hey, pass auf, wo du hinfährst. Bone Checker, warte! Du fährst gerade weg, sind... Sag jetzt nichts. Sieht so aus, als könntest du dich hier nicht durchschmettern, Mega Rex. Was? Hör zu, du hast mir echt mit diesem Loop über den Crank Chef Canyon geholfen. Jetzt bringe ich dir ein paar echte Moves bei. Guck zu und lerne. Oh, ja! Siehst du, alles, was du tun musstest, lebe schnell und lass es krachen. Lass mich mal! Okay, fahren wir schnell zum Checkpoint. Zertrümmern und brüllen! Ich hab's immer noch drauf. Gangster und Pfeif-Alarm! Woher kommt dieser Gestank? Das bin ich! Ist das nicht toll? Was hab ich dir gesagt? Team Nummer zwei! Gut gemacht, Mega Rex und Demo Derby! Wow, was ist denn mit euch passiert? Frag nicht! Gut gemacht, ihr Kracher und Zerschmetterer! Ihr habt es zum zweiten Checkpoint geschafft! Gangster und Pfeif-Alarm arbeiten sich weiter in den Gewinnerkreis vor! Aber es ist hier nicht zu Ende! Wir müssen noch einen letzten Checkpoint erreichen, bevor es zum Schrottplatz geht und wir herausfinden, wer sich für den Champions Cup qualifiziert! Ja! Oh Mann, wir sind die letzten! Hä? Ich habe so ein komisches Gefühl unter der Motorhaube, dass uns jemand auf den Arm nehmen will! Das nächste Mal machen wir die Dinge auf unsere Art! Da hast du völlig recht! Genug Leerlauf gehabt! Geht nochmal vor der nächsten Camp Crush-Herausforderung aufdanken! Jetzt geht die Borst ab! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Willkommen in der Eishöhle! Buh, ist das kalt hier! Ich habe gehört, in diesen Höhlen soll irgendwo ein Yeti leben! Quatsch, den gibt's doch gar nicht! Woh-ho-ho-ho! Vorsicht! Der Yeti hat eine Schneeballfalle aufgestellt! Los geht's! Es wird Zeit für die erste Runde! Demo-Derby gegen Shark Reak! Wahnfrei für Hot Wheels! Was für ein Start! Demo-Derby erreicht Purzelbaum schlagend die Zielinie, während Shark Reak Eisangeln geht! Mir macht niemand was vor! Five Alarm gegen Lokopunk! Wahnfrei für Hot Wheels! Unglaublich! Lokopunk wird vom Yeti überrascht und stürzt in den Schnee-Canyon! Five Alarm ist damit weiter! Ich lasse nichts anbrennen! All You All gegen Boneshaker! Bahnfrei für Hot Wheels! Was für eine Schlitterpartie! Boneshaker gleitet mühelos in die nächste Runde, während All You All sich aufs Eins legt! Ich lasse es krachen! Invader! gegen Pure Muscle! Wahnfrei für Hot Wheels! Das war knapp! Pure Muscle hängt anfangs noch am Reifen von Invader, geht dann aber auf dem zugefrorenen See in Führung und schlittert in die nächste Runde! Muscle Power! Rhino-Mite gegen Pyrena! Wahnfrei für Hot Wheels! Yeti-Attacke! Pyrena wird vom Yeti zu Fall gebracht und bleibt auf dem zugefrorenen See liegen, wodurch Rhino-Mite lässig in die nächste Runde rollt! Aus Angenommen! Mega Rex gegen Dairy Delivery! Bahnfrei für Hot Wheels! Habt ihr das gesehen? Was für ein Comeback! Mega Rex rutscht auf dem Eisweg und muss die Führung an Dairy Delivery abgeben! Cowabunga! Tiger Shark! Tiger Shark gegen Snake Bikes! Bahnfrei für Hot Wheels! Wow, das war knapp! Tiger Shark stürzt sich auf Snake Bikes über dem Abgrund und rutscht auf vier Rädern in die nächste Runde! Spürt den Schmerz! Bigfoot Bigfoot gegen Radical Racer! Bahnfrei für Hot Wheels! Das war ein klares Foul! Bigfoot versucht Radical Racer in die Spur zu fahren, doch der hat das letzte Wort und schickt Bigfoot mit leeren Händen in die Eiswüste! Ab in die Kasse mit euch! Und weiter geht's mit Runde zwei! Uh! Passt auf! Ich kann's kaum erwarten, dich im Rückspiegel zu sehen! Fahr lieber langsam bei dem Glatteis! Demo Derby gegen Fiverr Lacken! Fiverr Lacken! Bahnfrei für Hot Wheels! Fiverr Lacken! Fiverr Lacken geht zu Fall! Und Demo Derby sichert sich den Sieg! Fiverr Lacken rutscht in der Eishülle aus und endet als Snack für den G-Team! Na, wer ist jetzt zu schnell gefahren? Du hast zwar Muckis, aber ich heiz dir trotzdem ein! Oh, ich zittere! Zeit, was du hast! Bone Shaker gegen Pure Muscle! Bahnfrei für Hot Wheels! Was zum... Wow, unglaublich! Das müssen wir uns nochmal ansehen! Beide Trucks springen gleichzeitig in die Luft und stürzen auch gleichzeitig! Aber Bone Shaker schlittert rückwärts in die nächste Runde! So was gab's doch nie! Ich lasse es kraken! Leg dich nicht mit mir an, sonst kriegst du mein Horn zu spüren! Du liegst gleich heulend am Boden! Rhyno-Mite gegen Dairy Delivery! Bahn frei für Hot Wheels! Hoffentlich ist alles heil geblieben! Dairy Delivery stürzt in den Schneekanyon, während Rhyno-Mite übers Eis und die Ziellinie gleitet und somit direkt ins Halbfinale! Aufs Horn genommen! Ich bin zwar hungrig auf den Sieg, aber irgendwas riecht hier übel! Das bin ich, der Geruch des Gewinner! Tiger Shark gegen Radical Racer! Bahn frei für Hot Wheels! Schrottalarm! Das Yeti-Monster hat wieder mal zugeschlagen! Radical Racer landet im verschneiten Abgrund, während Tiger Shark unbeirbt übers Ziel und damit ins Halbfinale rast! Yetis machen mir keine Angst! Es ist Zeit fürs Halbfinale! Der Yeti hat eine Schneeballfalle aufgestellt! Hey Kumpel, das wird doch ganz leicht für uns! Dein Kumpel bin ich erst, nachdem ich gewonnen hab! Schlecht drauf, was? Demo-Derby gegen Bone Shaker! Bahn frei für Hot Wheels! Lawine! Die Schneeballfalle kann weder Demo-Derby noch Bone Shaker aufhalten, doch nur Demo-Derby sichert sich mit seinem ausgefeilten Fahrstil einen Platz im Finale! Nimm's nächstes Mal nicht so ernst! Ich stampf mir meinen Weg ins Finale! Keine Lawine, bitte! Rhino-Mite gegen Tiger Shark! Bahn frei für Hot Wheels! Eiskalt abgehängt! In der Eishöhle liegen die Trucks noch Reifen an Reifen! Doch Rhino-Mite rast frontal gegen die Schneeballfalle! So kann Tiger Shark mit einem Wheelie über die Ziellinie rasen! Ich schwimm zum Sieg! Jetzt ist es soweit! Nachdem unsere Trucks den eisigen Bedingungen getrotzt haben und dem Yeti entkommen konnten, liegt der Cup der Titanen nun in greifbarer Nähe! Demo-Derby gegen Tiger Shark! Bahn frei für Hot Wheels! Go! Das war's dann wohl! Demo-Derby und Tiger Shark liefern sich in der Höhle ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis Tiger Shark kurz vor der Ziellinie die Nerven verliert! Damit holt sich Demo-Derby den Cup der Titanen! Ja, mir macht niemand was vor! Wow, du hast heute richtig abgeräumt, Demo-Derby! Und auch Zeit! Ich war für alles bereit, was der Yeti mir in den Weg gestellt hat! Man könnte fast sagen, die Gefahr hat dich kalt gelassen! Okay, Trucks! Auf zur Schlitterpartie! Da hilft noch kein Einradantrieb! Das war's für heute! Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, beim Wettkampf der Titanen! Hey, hey, Bigfoot! Freust du dich schon aufs Rennen auf der Monster Trucks-Insel? Jede Ziellinie ist gleichzeitig die Startlinie des nächsten Rennens! Wow, Bigfoot ist voll aufgeregt! Die Monster Trucks starten in 3, 2, 1... Los, los, los! Fahrt frei für Hot Wheels! Im heutigen Parcours geht es darum, dem Feuer auszuweichen und sich vor den anderen Trucks den Cup zu schnappen! Juhu! Juhu! Wow! Was ist denn hier passiert? Das sieht aus wie ein Autoschrottplatz! Ein Autoschrottplatz? Fühlt sich doch bestimmt hier zu Hause an, oder, Bone Shaker? Hey, Bigfoot! Hast du Angst? Unterschätzt nie die Überraschungen, die die Insel zu bieten hat! Hat das noch jemand gehört? Macht die Augen auf! Megarex lässt gleich einen fahren! Wow, Megarex! Der war ja echt explosiv! Gebt mal lieber Gas, Trucks! Da fliegt was! Wie denn, Bigfoot? Wir sind Trucks! Oh, sowas! Bone Shaker sitzt erschreckend in den Knochen! Langsam kommt Pepp in die Sache! Ich habe keine Schwachstellen! Okay, vielleicht eine! Endlich kommen sie in Fahrt! Und Grace Ace übernimmt die Führung! Bigfoot und Tiger Shark kämpfen um den ersten Platz! Wer wird sich durchsetzen? Hey, Bigfoot! Du bist gefeiert! Und Tiger Shark hat Erfolg! Was ist das denn? Five Alarm geht mit folgigen Moves gegen das Feuer vor! Und Demontabi drängelt Crip Creek mit einem gekonnten Boxmanöver beiseite! Das war knapp! Wird dann aber selbst erwischt! So knapp! Einen Kühler kann man reparieren! Der da da! Bone Shaker ist dank Pfeife-Alarm aus dem Schneider! Und jetzt rettet Pfeife-Alarm auch noch Demo-Dolby! Sie ist so beschäftigt mit dem Feuer, dass sie den Wettkampf fast vergisst! Geht ruhig schon mal vor! Alles cool! Das nehme ich zurück! Eigentlich raucht mir der Schädel! Oh nein! Hält das unsere Heldin auf? Kein Stück weit! Sie hat hier richtig Manöver drauf! Die legendäre Stuntzone! Die ist nicht halb so legendär wie ich! Soweit sieht es für Race Ace gut aus! Aber Tiger Shark und Bow Shaker halten sich ran! Nach einem beherzten Sprung über die Lavagrubenschanze fällt Tiger Shark zurück! Feuer! Mit dem Feuer spielt man nicht, verstanden? Die Feuerringe sind nicht ohne! Schon wieder Pfeife-Alarm! Dieser Truck rast, rammt und räumt ihre Mitstreiter immer und immer wieder in Sicherheit! Für diesen Sprung bin ich Feuer und Flamme! Ein hektiger Hechthüpfer mit Stil! Stil-Punkte hat sich Demo-Dolby damit ohne Zweifel verdient! Hey, Bigfoot! Wie würdest du diesen Trick nennen? Sowas fällt mir schwer! Aber ich würde vorschlagen, aus den Ringen direkt ins Feuer! Ja, geht klar! Dantes doppeltes Inferno! Wer führt das Rudel an? Demo-Dolby! Sie hat den Sprung perfekt getimt! Oh, alle springen, als wär's die leichteste Übung! Und was erwartet sie auf der anderen Seite? Der berüchtigte Mega-Brenner! Oh nein! Der Brenner! Er zieht sich zusammen! Brennzlige Lage, klappt das auch? Das schaffen wir nie! Die Trucks werden gleich gegrillt! Noch einmal! Das wird knapp! Hier geht's heiß her! Und wer ist es? Na klar! Wieder Pfeife-Alarm! Sie hat den Trucks den entscheidenden Anstoß gegeben! Pfeife-Alarm! Kommst du mit? Die tapferste der Truppe ist ganz schön aus der Puste! Geht ruhig! Schon mal vor! Atempause! Moment! Sie halten an! Was hat das zu bedeuten? Sie lassen sich ihre Chance auf den Sieg entgehen! Pfeife-Alarm! Sie gewinnt den Champions-Cup! Da fliegt was! Nein, Bigfoot! Pfeife-Alarm löscht! Oh! Das wieder! Oh! Wie war das? Bremsen und rollen oder... Bremsen oder rollen! Wow! Das Feuer brennt wirklich darauf, sich diese Trucks zu schnappen! Bahnfrei für Hot Wheels! Willkommen zurück! Live aus dem Vulkantal für einen weiteren Wettkampf der Titane! Der könnte jeden Moment aussprechen! Seid vorsichtig! Ich will kein Fossil werden! Achtung! Laufabelle im Anmaus! Los geht's mit Runde 1! Demo Derby! Gegen Radical Racer! Bahnfrei für Hot Wheels! Was für ein feuriger Start! Demo Derby fliegt regelrecht über den Vulkan und die Ziellinie! Radical Racer folgt lieber dem Lavastrom, landet aber trotzdem auf allen vier Reifen! Mir macht niemand was vor! Pfeife-Alarm! Gegen Torque-Terror! Gegen Torque-Terror! Bahnfrei für Hot Wheels! Das war knapp! Pfeife-Alarm und Torque-Terror heben gleichzeitig ab! Torque-Terror vermasselt allerdings die Landung und so springt Pfeife-Alarm in die nächste Runde! Ich lasse nichts andren! Ich lasse nichts andren! Bone Shaker! GERDE Gegen Motor-Saurus! BANFRIE GERDE Bahnfrei für Hot Wheels! BANFRIE 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 Das ist krachend! Rhino-Mite! Gegen Loco-Punk! Bahn frei für Hot Wheels! Choo-choo! Einmal Expresszug zum Lava-Bahnhof, bitte! Rhino-Mite versinkt Loco-Punk im Vulkan! Und macht einen Salto über die Ziellinie! Aufs Horn genommen! Mega-Racks gegen Pure Muscle! Bahn frei für Hot Wheels! Was für ein Endspurt! Noch mal eine Zeitlupe! Mega-Racks liegt um eine Zahnlänge vorn! Beide Trucks springen mühelos über den Vulkan! Doch dann gelingt es Mega-Racks den Sieg einzufahren! Ich mach euch zu Schrott! Das ist ein Endspurt! Das ist ein Endspurt! Race Ace! Gegen Roger Dodger! Bahn frei für Hot Wheels! Ah! Das muss weh getan haben! Roger Dodger spielt mit dem Feuer und landet in der Lava! So hat Race Ace freie Bahn, um einen halsbrecherischen Endspurt hinzulegen! Herausforderung angenommen! Das ist ein Endspurt! Tiger Shark! Gegen Skorpedo! Bahn frei für Hot Wheels! Oh nein! Tiger Shark treibt einen Absprung nicht richtig und frisst einen Mund voll Lava! So kennen wir ihn gar nicht! Skorpedo muss nicht mal seinen tödlichen Stachel ausfahren, um in die nächste Runde zu kommen! Macht's gefährlich! Bigfoot! Gegen Snakebite! Bahn frei für Hot Wheels! Der Wettkampf spitzt sich zu! Snakebite kommt von der Strecke ab und stürzt links ins Vulkantal, während Bigfoot einfach mit seinen dicken Reifen ins Ziel purzelt! Ich bin der Größte! Es geht weiter mit Runde 2! Oh nein! Der Vulkan bricht aus! Nehmt euch vor den Lava-Bällen in Acht! Aaaaaah! Ich mach nen Rückwärtszelt über den Vulkan! Ruf nicht mich zur Hilfe, wenn du den Mund zu Fall genommen hast! Bahn frei für Hot Wheels! Oh weh! Demo-Derbys Ego hält nicht, was es verspricht und er verschwindet im Schlund des Volkans! Währenddessen wird Pfeiferlarm von den Lava-Bällen ins Halbfinale katapultiert! War wohl zu heiß für ihn! Verrücktes Wetter heute! Pass auf, dass du dich nicht verbrennst! Rhino-Mite gegen Boneshaker! Bahn frei für Hot Wheels! Nochmal in Zeitlupe! Rhino-Mite landet links im Aus, aber Boneshaker weicht gekonnt den Lava-Bällen aus und rollt ins Halbfinale! Den hab ich platt gemacht! Ich will den Kap der Titanen! Dieses Rennen gehört mir! Keine Chance! Von diesem Sprung träum ich schon mein ganzes Leben! Bahn frei für Hot Wheels! Was für ein Sprung! Rhino-Rex fliegt über den Vulkan und legt eine Punktlandung auf allen vier Reifen hin! Mega-Rex bekommt trotz heißer Lava kalte Felgen! Herausforderung angenommen! Du bist vielleicht ne lebende Legende, aber niemand entkommt meinem Stich! Insekten wie dich verputze ich zum Frühstück! Zeig was du kannst! Bigfoot! Gegen Scorpedo! Bahn frei für Hot Wheels! Wow, brenzlig! Skorpedo fällt in den Vulkan! Das nenn ich mal eine extra knusprige Niederlage! Währenddessen meistert Bigfoot den Sprung und landet auf allen vier Reifen hinter der C-Linie! Ich bin der Größte! Zeit fürs Halbfinale! Oh nein! Aus dem Vulkan tritt Dampf aus! Sieht verdammt heiß aus! Haha! Gleich lernst du den Vulkan von innen kennen! Du magst vielleicht der Tapferste sein, aber ich bin der Beste! Bone Shaker gegen Five Alarm! Bahn frei für Hot Wheels! Hier geht's ganz schön heiß her! Pfeiffer Laun sorgt dafür, dass Bone Shaker ein Dampfbad nimmt und schießt dann geradewegs über den Vulkan ins Finale! So geht das! Wollte schon immer mal ne Legende besiegen! Hör gut zu, junger Mann! Um ne Legende zu schlagen, muss man erstmal eine Legende werden! Bigfoot gegen Race Ace! Bahn frei für Hot Wheels! Ein heißes Rennen! Bigfoot ereilt das gleiche Schicksal wie Bone Shaker und er stürzt in den dampfenden Abgrund! Race Ace purzelt Kopf über den Vulkan runter und ins Finale! Wer ist jetzt die Legende? Jetzt geht's um den Titel! Die zwei Finalisten haben dem Vulkannebel getrotzt und sind Loverwäldchen ausgewichen! Aber wer von ihnen wird sich den Cup der Titanen sichern? Dieser Truck überrollt die Konkurrenz und holt sich einen Cup nach dem anderen! Five Alarm! Er ist der ultimative Draufgänger, der immer aufs Ganze geht! Dieser Truck kennt nichts anderes als den ersten Platz! Races! Races! Bahn frei für Hot Wheels! Races! Races! Yip! Five Alarm gewinnt! Sehen wir uns das Ganze nochmal an! Five Alarm und Race Ace schaffen es beide durchs giftige Gas! Doch Five Alarm lässt seinen Gegner links liegen und rollt über die Zielinie! Race Ace lässt es sich trotzdem nicht nehmen, das Rennen zu beenden! Ja, gewonnen Cooles Rennen, Mann Hey, Pfeife Alarm, super Rennen, wie hast du das geschafft? Der Konkurrent war es wohl zu heiß Mir macht der Druck nichts aus, deswegen habe ich auch gewonnen Wow, ein Monster Truck Ausbruch Nicht die Lava berühren Oh je, das kann nicht gut ausgehen Macht ihnen Feuer unter dem Hintern Das war's dann wohl für heute Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen Das war's dann